ja hallo und servus bei wolfsbike und tour tv ich ziehe heute das fazit zum birelli scorpion rally str ist schon ein bisschen überfällig ich weiß aber durch mein unfall im juni hat sich das ganze ein bisschen hinausgezögert und mir ist immer ganz wichtig dass ich von einem reifen auch ausreichend erfahrungen gesammelt habe dass ich ausreichend kilometer gefahren bin das ist jetzt der fall ich habe jetzt circa fünfeinhalb tausend kilometer mit dem rally str mit dem scorpion rally str runter und kann daher jetzt auch schon ein urteil abgeben und dieses urteil fällt für mich sogar überraschend gut aus das ist ein reifen der so ziemlich alles kann was man mit einer reise enturo fahren will also der funktioniert auf der straße wunderbar durch die anordnung der profil blöcke die da auch relativ weit nach außen gezogen sind bietet auf der straße wirklich ausreichend grip und so dass der reifen von anfang an sehr viel vertrauen weg und funktioniert aber auch auf schotter diesen ewigen kompromiss zwischen straßentauglichkeit und offroad oder schotter tauglichkeit den kriegt dieser scorpion rally str ganz gut hin wobei seine stärken definitiv auf der straße liegen das str steht ja auch für street also da muss man wirklich obwohl er relativ grob ausschaut und auch ordentliche profil blöcke verbaut hat muss man sich da überhaupt nicht scheuen vor schräglagen kann man ganz ganz normal fahren damit und trotzdem funktioniert im schotter gut bitte traktion auf trockenem schotter da kann es euch grob werden kann zurück steil werden da habe ich überhaupt kein problem gehabt wenn es dann katschig wird wenn es dann schlammig wird dann ist er naturgemäß relativ bald an sein ende weil eben die profil blöcke nicht allzu tief sind also das negativ profil nicht allzu tief ist aber was auch ist er hat keinen durchgehenden mittelsteck und deswegen ist ein reifen der mit dem er relativ weit kommt auch abseits der straße was mich richtig überrascht hat ist die regen performance des scorpion rally str das liegt an der gummi mischung mit einem relativ hohen silica anteil der funktioniert bei regen so gut dass ich sogar meine meine bewertungsskala geändert habe und zwar alle reifen um einen ganzen punkt darunter gereiht habe deswegen wird es mein bisheriger regen könig der heidenau k60 scout nicht schlechter nein weil ja alle im verhältnis gleich bleiben aber ich habe einfach luft nach oben gebraucht weil dieser reifen besser funktioniert im regen als alles was ich bis jetzt gefahren bin mit reise enduro reifen so viel möchte ich schon dazu sagen ich habe dann bei dieser gelegenheit auch gleich den den trocken grip runter gesetzt auf meiner website ganz einfach deswegen um nach oben hin luft zu haben weil wie man sieht sind die die neuen reifen also tut sich so viel am reifensektor werden die reifen immer besser der reifen lenkt neutral ein auch beim bremsen hast kommen ein spürbares aufstellen moment du kannst mit dem wirklich flott auf der straße unterwegs sein du brauchst da überhaupt keine gedanken machen und wenn es dann von der straße runter fährst solange es trocken ist ist dieses profil einfach ausreichend bitte das ausreichend grip er kündigt auch den grenzbereich relativ gut an beim raus beschleunigen in schräglage schmiert er schon ein bisschen weg aber auch das kündigt sich recht gut an also das ist alles alles sehr sehr kontrolliert fahrbar diese wunderbare regen performance macht ihn auch für viel fahrer interessant die halt bei jedem wetter unterwegs sind und die große frage für viel fahrer ist auch immer die laufleistung ich habe da jetzt fünfeinhalb tausend kilometer mit dem reifen und aus erfahrung kann ich sagen da gehen sicher noch einmal zweieinhalb tausend vielleicht sogar dreieinhalb tausend also mit hinter reifen sind 8000 auf alle fälle realistisch vorne bin ich überzeugt davon dass der scorpion rallye street 10.000 kilometer schafft vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein paar fernreise wenn man dann richtig zum ende fährt glaube ich geht sogar ein bisschen mehr also da ist absolut auf augenhöhe mit zum beispiel einen heidenau k60 scout in der nähe von einem tkc 70 was die laufleistung anbelangt aber von der von der performance muss ich sagen dieser ist fast über diese reifen zu stellen oder von der vielseitigkeit wenn man das so will weil es eben ein reifen ist der auf der straße wunderbar funktioniert der jederzeit genug grip hat auch wenn es kalt ist auch bei also bei kühleren temperaturen wenn es feucht ist kein problem und auch im schotter so lang es trocken ist so nicht zu gatschig ist wunderbar funktioniert also im gatsch würde ich ihn ungefähr beim heidenau einreihen der heidenau hat den mittelsteck dafür ein bisschen mehr negativprofil aber da geben sie sich da schenken sie sich nicht viel die zwei reifen im trockenen schotter ist er wunderbar da braucht man überhaupt keine kompromisse eingehen ihr wisst wahrscheinlich dass ich zwei lieblingsreifen wenn man so will habe also das eine ist da einer gewalt vom mischleuer fürs gröbere mit dem kann man nicht ganz vergleichen der andere ist der heidenau k60 scout den ich immer wieder empfehle wenn einer auf reisen geht wenn einer vielfahrer ist bei jedem wetter auf jedem untergrund und mit diesem reifen kann man den absolut vergleichen ich würde ihn momentan sogar ein bisschen drüber stehen stellen es ist einfach es tut sich sehr viel am reifen sektor deswegen habe ich ja auch meine meine bewertung meine bewertungen ein bisschen nach unten gesetzt bisher weil sich da eben unglaublich viel tut also es kommen immer bessere reifen auf den markt und das bestätigt mich auch einmal mehr darin es gibt kaum mehr schlechte reifen heutzutage es gibt nur für dich die falschen reifen oder die richtig greifen und da kann man vielleicht wenn man auf back und durchschaut für sich auch die richtigen ein bisschen leichter finden da ist vielleicht ein bisschen hilfe dabei wenn man auf meine reifen bewertungen schaut weil die sind alle selbst erfahren das sind alles meine eindrücke und da bin ich von keiner dieser reifenfirmen in irgendeiner weise bezahlt worden dafür also das heißt das sind meine gemachten eindrücke und ich würde diesen pirelli scorpion rally street zu den allerbesten reifen zählen die es momentan für reiseenduros am markt gibt da hat sich richtig was daran da hat sich in der nässe performance im grip auf asphalt im grip auf schotter da hat sich richtig was getan in den letzten jahren alles in allem muss man sagen dass der pirelli scorpion rally street ein unglaublich ausgewogener reifen ist mit einer performance wie in wenige andere reifen an den tag legen vor allem mit dieser all round performance also du kannst den reifen wirklich fast überall einsetzen wofür die meisten leute eine reise in tour verwenden gut für wen ist jetzt dieser pirelli scorpion rally str oder rally street ich würde sagen für vielfahrer auf alle fälle weil er ordentliche laufleistung hat weil er eine hervorragende nässe performance hat auf der straße und weil man eben auch kaum abstriche oder keine abstriche machen muss wenn man auf asphalt unterwegs ist er ist für einen grobstolligen reifen auch sehr leise sehr präzise was das einlenken anbelangt also ich habe in dem für ihn vorgesehenen einsatzgebiet eigentlich kaum schwächen oder keine schwächen ausmachen können dass im garz das bei 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 tieferen offroad verhältnissen irgendwann einmal oder relativ früh schluss ist das ist logisch da braucht man sich den reifen nur anschauen da muss man dann immer zu einem tkc 80 oder zu meinem momentanen offroad favoriten für die reise enturo zum mischlein an gewalt greifen aber solange man es nicht übertreibt solange man normale schotterwege fährt ist dieser reifen absolut ausreichend und dann würde ich auch sagen ist dafür für leute die die reine straßenfahrer sind aber ihre reise enturo ab ist klar kernigeres aussehen verleihen wollen auch keine schlechte wahl weil eben der reifen auf der straße keine kompromisse verlangt wenn es mehr erfahren wollt über meine reifen erfahrungen dann klickt euch rein auf bike on tour entweder bei den testberichten unter den reifen da ist eine übersicht von allen reifen mit einer kurz charakteristik von allen reifen die ich bis jetzt auf den verschiedensten testmotorrädern auch gehabt habe und wenn es auf motorräder mein tiger geht dort findet es dann die reifen die ich mit dem motorrad gefahren bin die ich dann auch meistens bis zum ende der laufleistung gefahren bin oder so lange um die laufleistung schon gut abschätzen zu können und da ist dann alles noch ein bisschen genauer beschrieben also ich glaube da kann sich jeder das für sich wichtige rausholen ob er lieber wenn er lieber auf der straße fährt wenn er lieber ein universalreifen hat wenn ihm laufleistung wichtig ist wenn einem regen performance wichtig ist da kann man das für sich wichtige ganz gut rausfiltern glaube ich es gibt jetzt eigentlich ich würde sagen drei segmente für reiseenduro zum einen den reinen straßenfahrer der halt wenn man jetzt beim birelli ist den scorpion trail 2 fährt oder der einen einen conti trail attack fährt oder diese reifen die halt rein für die straße gemacht sind dann gibt es den fahrer der der gerne mal auf dem feldweg fährt der ist dann mit so einem reifen sehr gut bedient mit dem scorpion rally street mit dem heiden ok 60 scout da gibt es da gibt es auch eine ganze reihe und dann gibt es halt die die nix auslassen wenn es unbefestigt ist und auch egal wie das Wetter ist die greifen dann eher zu einem michael anarchy wild oder zu einem dkc 80 zu einem mit das e 09 e 10 also das sind dann die leute die es dann ein bisschen grober haben wollen aber dieser scorpion rallye str ist ein reifen der auch für die eine gute wahl sein kann die nur auf der straße bleiben wollen und ihrem moped aber gutes aus dem verleihen eigentlich hatte ich angekündigt dass ich nach dem birelli scorpion rallye street den karo street von metzler aufziehe das ist ein reifen der wahrscheinlich oder mit ziemlicher sicherheit eine ähnliche performance bietet ich traue mir das deswegen sagen weil dann die guter von duradech bei der präsentation war aber ein guter freund von mir der wilfried den auf seiner super tenere drauf gehabt hat und das ist eine firma birelli und metzler sind ja ein unternehmen die können ja zusammen und die silica mischung ist dieselbe das reifen profil ist ein bisschen anderes aber von der von der performance dürften sich diese beiden reifen nicht viel schenken also die dürften sehr ähnlich sein da geht es dann wahrscheinlich darum welches reifen bild welches profil der besser gefällt zu welchen reifen zu greifen ich werde jetzt aber trotzdem nicht als nächsten den karo street aufziehen der birelli würde ja noch als winterreifen bei mir durchgehen so viel fahr ich ja nicht im winter aber ich werde jetzt wahrscheinlich nächste woche den neuen michelin anarchy adventure bekommen und das ist ein ganz ganz neuer reifen am markt da bin ich schon ganz gespannt und deswegen kommt er anfang november drauf das ist der nachfolger von anarchy 3 der dann praktisch die lücke schließt zwischen dem road 5 trail den sie jetzt auch für reiseenturos gibt und dem anarchy wild der eher für leute ist die mehr ins gelände fahren also mehr mehr offroad fahren mehr schotter fahren und der anarchy adventure der soll eben diese lücke schließen der wird dann nehme ich einmal an auch der bestseller von mich leuer werden im reisenduro segment und auf den reifen bin ich auch schon sehr gespannt habe ich ihn ja schon gezeigt auf meiner homepage aber jetzt kommt er dann raus ihn gibt es noch nicht zu kaufen aber wenn alles klappt dann habe ich nächste woche einen und wir werden für euch gleich einmal ausprobieren gut wenn euch das video gefallen hat dann lasst einen daumen hoch da schreibt es bei den kommentaren entweder auf youtube oder bei mir auf der website dazu was ihr so fährt was ihr vielleicht demnächst einmal ausprobieren wollt was ihr von meinen reifen test zählt und ganz ganz wichtig hört es auf die mail abonniert den kanal es kostet nichts und den wolf freut's kann man nur wiederholen der scorpion rally street ist ein reifen den du in sehr sehr vielen bereichen einsetzen kannst den du auf der straße fahren kannst nicht nur fahren kannst du auf der straße wunderbar funktioniert der im schotter sehr gut funktioniert und der vor allem auch ich kann mich da nur wiederholen der vor allem im regen wunderbar funktioniert und das alles macht ihn zu einem wunderbaren universal reifen der der ganz ganz oben angesiedelt gehört bei dem momentanen reifen also da hat sich wirklich einiges getan in den letzten jahren wenn ich an die evon reifen denk den track rider und den trail rider wenn ich an den dkc 70 denk von konnte es ist einfach es ist einfach wirklich sehr sehr viel momentan am markt und das ist nur gut für alle reiseentourer also